Hey Leute, ich bin Habe, ich bin ein Turner und wegen diesem blöden Coronavirus können wir nicht trainieren. Deswegen trainiere ich einfach zu Hause und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Jetzt fangen wir an mit Liegestützen. Das waren Liegestütze, erstmal eine Runde ausschütteln. Als nächstes Sip-Ups. Und jetzt Klimmzügel. Untertitelung. BR 2018 Das war jetzt nur am Boden und am Rett. Jetzt nehmen wir die Kurzhanteln. Das war's am Tune. Das war's am Jazz. Jetzt darf er mal wieder auflockern. Und dann geht das Ganze von vorne los. Und das Ganze eine Stunde und dann seid ihr fit. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.